Das muss doch hier irgendwo sein. Da unter dem Fels ist es doch, komm. Komm, war klar. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt aber nichts gehört, meine Güte. Huhn, weg. Angst, du rüder, ja. So, jetzt auch jetzt mit Sandrio. Nein, dann ist die Mission vorbei. Anders geht es hier nicht weiter. Wow, Kollege. Oh, das war das zu verdanken, das war cool. Sandro hat sich wegtelefoniert, natürlich. Okay. Der zieht sich hier auf. Scheiße, sind wir noch nicht offen. Oh, das ist ja auch nicht. Ich fällig ist schnellstmöglich nicht. Das wollt ihr denn, komm, verschwindet. So. Ich sehe es genauso, Kollege. Was tut ihr dafür? Luftmoves. Das ist meine coole Combo, meine Meinung. So. So. Ich feile. Was magst du mit dem Gegner? Hahaha. Das ging jetzt irgendwie nicht falsch in Richtung Kollegen. Scheiße. Das wird... Okay. Okay. Jo. Und hat sich wieder wegtelefoniert. Was zum Teufel. Stop touchiert. Das wird es da. Ja. Okay. Drop the loot. Drop the loot. Drop the loot. Dropst du loot? Ja. Du hast loot getroppt. Schön. Hier ist eine gelbe Armee. Achso, das Huhn. Lana. Save you. Wo bist du denn jetzt? Ich bin da oben. Wo du gerade bist. Okay. Ich bin auf dem Weg. Danke. Ich bin auf dem Weg. Wenn ich mich bezahlt. Oh. Ich bin gray. Woah. Jetzt ist mir das W universities склад. Was tut sie da? Oh. 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 Ich hoffe, sie kriegen Verstärkung. Wie kommst du drauf? Bähem. Hast du schon die Idee? Klar, dass sie noch mal kommen. Aber für was red ich sie eigentlich, wenn sie sich da eh Verstärkung holt. Mann! Ist doch mal Posten. Den erober ich mal. Den haben sie schon wieder zurückerobert. Natürlich. Zack, zack, zack. Schuh. Aber Gandalf hat auch Verstärkung bekommen. Ja, das ist richtig. Ja, ja, gut fair, wenn sie nicht so werden. Ach, das wäre doch voll fair. Ist irgendwie nix los. Ich weiß auch nicht. Ah, hier, kaum sage ich's. Komm, die Gegnermaßen angespawnt. Natürlich. Schwuuuuh. Yay. Komm doch mal her, du Schwächling. Ah, da ist der Kommandant. Ich hab ihn schon besucht. Und wer? Der, der Moblin. So, jetzt geh ich wohin? Wow. So, ich hab ihn getippt. Ja, klar. Oh, hi. Nachtmacht, na? Zack, 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 zack. Schuh, Gott. Hinterher schießen. Jetzt. Ach, ihr seid ekelhaften Angriff. Ah. Komm, jetzt war er fast. Ja, okay. Ja. Schön. Haben wir da was gedruckt? Ja, hat er. Wunderere Aufbahn. Ja, komm her. Ich mach euch alle platt. Keine Chance. Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, das war's. Na, kommt schon. Jo. Was ist denn da drüben los? Oh, Schildproblem. Und Ben. Ach, komm, ich schmeiß mal mein Magier an. Uiuiuiuiui. Komm jetzt. Geh doch drauf. Danke. Hoch. Das war ein neues Special. Wie hab ich den jetzt ausgelöst? Tja, das kann ich dir nicht sagen. Ich geh mal in deiner Richtung. Glaube ich. Bei mir ist nicht mehr viel los. Hallo Hauptbahn. Das ist vor Postil. Das ist ein Hauptbahn besteht. Was soll das? Und Schluss. Du musst zurück um. Nee, dann geh mal die da unten retten. Hier ist offen, okay. Der Nachtschwerber. Oh nein, du sprichst mich nicht. Nein. Nein. Lass es. Gut, du willst den Lichtpfeil. Du kriegst den Lichtpfeil. Das war voll daneben geschossen. Aber ich hab mich trotzdem getroffen. Natürlich. Nichts ist da, du fetter Goblin. Feuer. Ja, brech mich halt ab. Kamera, bitte hör auf, mich zu trollen. Ja. Schwung. Hochgelebt. Ja, ich hab tot. Das ist ja echt das Flick. Ja, ich hab schon erobert. Festung. Das geht hier ab, freundlich. Was ist denn das? Die Flasche nehme ich mit deinem Material. Nämlich auch mit. Warum ich jetzt hingehe? Ja, hier kriegt gleich noch einer. Volle Breizeite. Nee, es wird nicht weniger. Jo. Der lebt doch, IKB wahrscheinlich. Der wirst jetzt blinkt überall, natürlich. Ich meine, das ist logisch. Na los. Ich glaub ich finde gleich einen von den beiden. Ah, da ist ein Felsen. Moment. Belbel Blomm. herzen so down wow da ist eine ist schon lange haben für dich ich war sie auf die wiederholz 0 hier war gerade wieder ein paar gegner dieser westung und jetzt sind die rein und zando gleichzeitig ich verspinde hier will ich gar nicht sein ich möchte noch weiter kunden ich bin hier ist aufgeräumt sie sollten die eigentliche sein schaffen Oh, Umerang! Hi! Umerang? Ja? Nicht das Elixier geskillt Nice, ne Waffe! Sehr schön Oh, das war auch ein schöner Angriff Yeah! Und BUM! Ach, der Hauptmann! Hi! Was geht mit dir? Ich falle in die Menge Oh, nicht! Da kam mir was entgegen So, schon erobert Ach so, das war's schon Hey! Ja, hier bin noch ein paar Gegner rum Greif ich das Huh an? Hm? Greif ich das Huh an? Hm? Wie gesagt, mit ihm weiß mir alles egal Oh, du musst sterben! Die Hüder müssten alle sterben Gib mir mal ein Buff Naja, Hüpf nur rum Schmuck Irgendwie Wo ist jetzt hin? Oh, hat Verstärkung geholt Das geht wieder los Du, Kaffee Du, Kaffee Geht doch Die ist schon wieder mein Licht weg Hühner! Mitleid Mitleid Kein Mitleid Das war schuld Du bist auch bei mir Ähm, da kommt Party Spaß übrigens Was kommt? Geh rein, Monsanto Oh Oh Oh, die kommt zu uns Haha Sollten wir mal erst den Pfosten da oben ein, ey, oder? Au, au Ah, Max Wie du lustig bist Ich verbrübe jetzt Santo, weil ihr mich nervt Haben wir Hühner? Geroen? Ne Au, 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 au Also Santo plus Hühnern nervt er schon Ähm Wo ist er hin? Habe ich kann Santo hingeschossen? Ich muss schon wieder von Hühnern flüchten übrigens Warum? Ah, Santo hat mich ein bisschen blöd erwischt Dann sind die Hühner bei mir hergefallen Aaaaaaah Viertelherz, 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 Viertelherz Ja, ich glaub du weißt was ich meine Viertelherz, Viertelherz Oh Gott Wo ist mein Elixier? Ich bin Elixier verdammt Die Hühner sind ja tot Goll tun Du musst sterben Vielleicht lass da die Hühner auch nach Komm her Ich kann mich mal nur das Goll tun hier Mach was du nicht lassen kannst Das nervt mich So, mach Gigi, komm Für die Hühner Huch Habe ich das Wuhn weggeschossen? Und Und Stiu Ha, Santo down Soll ich den anderen auch schon gekillt? Hm? Den anderen auch schon gekillt Nein Jetzt her, verdammt Ekelhaftes Wuhn Mach dich platt Wusch Ha, was ist erholt Das ist hier oben rechts, ne? Ach, Gerem ist bei mir, natürlich Wo ist das Goll tun? Wo ist das Goll tun hin? Goll tun? Ach, da ist es Hi Komm her Komm her Mach dich kaputt, ja? Hühner, was wollt ihr denn bei mir? Euer Gegner ist da vorne Das ist ein Schwuuuuuuh Und die der erschießen Yes Haaa, ich hab das Goll tun bezügt Unglügen Wie reint du nervst? Du musst dich leidest töten Gut wenn du den noch eine Weile stehen lassen würdest Zu spät Du wolltest noch die Basis oben rechts erobern. Oh ja, der war gerade weh. Dann halt nicht. Haben wir auch irgendwas wieder gefunden, nö, ne? Nö, nö. Wir sind so gut. Das hätte man echt tun sollen. Naja, egal. Das nächste Mal, bestimmt. Au, das gab wieder Rubin. Ja, das war wieder ein wenig was. Ein Weichen was? Stab, Schwert. Hey, das brauchen wir auch unbest... Unbest... 180! Was zum Geier, was ist... Buui! Lichtbonus. Das ist cool. Oh, wir fangen auch mal ein gutes Schwert. Interessant. Golddings, Silberdings, mehr Silberdings und ganz viel anderes suchen. Nö. Okay. Ich ging wieder mehr Bilder. Für das Sammelalbum. Eine Katze, okay. Ah, so gut. Gannens Schloss. Ach, okay. Oh, wir können mit Impa spielen. Ja. Und mit Darun ja auch. Ich glaube, dann wird der Herr Titan im nächsten Part wahrscheinlich mal im Part zeigen. Weil wir sagen, wir spielen zwar die ganze Zeit mit, aber wir haben es noch nie wirklich gezeigt. Das ist absolut richtig. Das sollten wir mal tun. Ich war schon, ich kann zur Zeit drauf, dass ich mal spielbar ist. Oh, Mann. Danke. Ja, gut. Würde ich sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Ciao. Ciao!